Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Der Grund, warum schlimme Dinge passieren Der neuntdimensionale Arktrianische Rat durch Daniel Scranton Am 12. November 2019 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktrianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir von Euch sehen, und doch sind wir immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Euch auf Euren Reisen zu helfen. Eine der Möglichkeiten, die wir entdeckt haben, um genau diese Sache zu tun, ist, Deine Last zu erleichtern. Wenn Du die schwere Last, die Du persönlich trägst, loslassen kannst, wird Dich das für mehr Expansion, mehr Integration befreien, und Du wirst mit größerer Leichtigkeit und Freude aufsteigen. Die große Verantwortung, die Du als Individuum fühlst, kommt aus vergangenen Leben, die Du mit dem Ort in Verbindung bringst, an dem Dir eine große Verantwortung übertragen wurde, und Du hast gesehen, dass der Planet, der Kontinent oder das Land, für das Du verantwortlich warst, auf die eine oder andere Weise fehl. Viele von Euch haben immer noch Schuldgefühle aus Atlantis, wo Ihr dachtet, dass es Eure Aufgabe sei, den Asteroiden davon abzuhalten, durch die Erdatmosphäre zu kommen und Atlantis zu treffen. Und einige von Euch haben gerade Ihr Dorf beschützt und sind eingeschlafen, oder Ihr wart einfach nicht in der Lage, die ankommende Armee oder Barbaren zu bekämpfen. Und so hast Du diese Schuld, dieses Gewicht bis zu diesem Zeitpunkt bei Dir getragen. Dies ist eine Zeit, in der Euch wieder einmal gesagt wird, dass viel auf dem Spiel steht. Euch wird gesagt, dass die Erde zerstört werden könnte, oder dass zumindest ein Teil davon zerstört werden könnte. Man sagt Euch, dass ein großer Teil der Bevölkerung sterben könnte, und diese Ängste sprudeln an die Oberfläche. Diese ungelösten Traumata kommen Dir ins Bewusstsein, und wir wollen, dass Ihr Eure Arbeit macht und Eure Ängste verarbeitet, indem Ihr sie fühlt, aber wir wollen Euch auch vom Haken lassen. Wir möchten Euch auch wissen lassen, dass es so traumatisierend wie es war, so viel Tod und Zerstörung in Euren früheren Leben zu sehen, nie Eure Schuld war. Alles, was jemals geschehen ist, ist im Einvernehmen geschehen. Es hat immer einen Zweck erfüllt. Dieser Zweck war schon immer für das spirituelle Wachstum da. Und so wollen wir, dass Du das weißt, weil wir wissen, dass es im Moment viele Dinge auf der Erde gibt, die für Dich keinen Sinn ergeben. Ihr fragt Euch, wie diese Tragödie irgendjemandem dienen könnte. Aber wir versichern Euch, dass alles, was jetzt auf der Erde geschieht, in Eurer Geschichte und in der Geschichte der gesamten Galaxie, immer einen positiven Aspekt hat. Deshalb sind wir jetzt hier, um Euch von der Verantwortung zu befreien, die Ihr fühlt, alle Eure Mitmenschen während der turbulenten Zeit dieses bereits weit fortgeschrittenen Bewusstseinswandels zu schützen. Du kannst loslassen und Du kannst den Prozess des Verschiebens genießen. Ihr habt unsere Erlaubnis und was Ihr genießt, was Ihr mit Eurem Herzen tut und was Ihr in Liebe tut, ist immer im Dienst für das ganze Universum und darüber hinaus. Wir sind der Arkturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.